Hallo zusammen, das ist Reignas, da bin ich wieder und mit meinem Lieblingsinstrument, dem Schweizer Ürgeli. Das ist speziell ein Pilatus-Ürgeli von meiner zweiten Heimat, von Eschenbach. Ich bin ja von hier unten aufgewachsen, geboren, meine Niedwaldner Wurzeln. Und eigentlich die meisten Kompositionen sind auf diesem Ürgeli gemacht worden. Ich finde es eines der urchigsten Instrumente. Der gleitet mich schon seit Jahren und natürlich in vielen von meinen Stücken. Und ich finde es einfach mega schön, weil es halt so urchig ist. Hey, das hat die Kurve! Es hört ja immer ruhig. Kommt mir da noch eine. Und da noch eine. Ja, und die nächste nehmen wir euch noch. Das beschreibt den Weg von Stammstadt auf Abbirgenäufe. Easy Heimat! Ein Stückchen.